Ja, ich bin Helle Schreiber, bin im Vorstand vom Inselmuseum Spiekerhoek, bin Bauingenieur im Ruhestand und habe mich so ein bisschen hier mit dieser Problematik beschäftigt. Wir als Inselmuseum betreiben diese historische Pferdebahn. Und ja, zur Geschichte der Pferdebahn, das ist eine alte Geschichte. Die gibt es seit 1885. Da sind damals die Badegäste, wie wir jetzt manchmal noch sagen, heute sind das Kurgäste. Früher die Badegäste vom Hotel Zollinde ungefähr, da war der Bahnhof, bis zum Westend gefahren worden, um dann am Herrenbadestrand, der war da, wo jetzt hier das Old Leramy ist, baden zu gehen. Die Damen durften da nicht baden, die mussten woanders baden. 1890 ist hier ein Schiff gestrandet, eine finnische Berg mit 8000 dicken Holzbohlen. Und von diesen Holzbohlen wurde dann ein Anleger, da wo jetzt die ganzen letzten Jahre der Anleger war, gebaut. Dann wurde unsere Bahn, die jetzt zunächst geradeaus fuhr, kriegt er in Abzweig Richtung Wattenmeer. Und diese Verbindung hat er bis 1981, als der Hafen gebaut wurde, wurde er betrieben. Bis 1949 waren da noch Pferde vor. Boah, ich weiß noch, als kleiner Junge hat mich das immer imponiert, wie diese armen Pferde bis zum Bauch im Wasser standen. Und wie gesagt, das ging bis 1949. Dann wurde der Diesellok angeschafft und der Betrieb ging dann bis zum Jahr 1981. Seit 1981 wird diese Pferdebahn von einem Pferd gezogen, für touristische Zwecke eingesetzt. Die ist unheimlich beliebt. Wir haben jedes Jahr mehr Gäste, die hier mitfahren wollen. Und die sind im Augenblick natürlich etwas sehr, sehr traurig, dass wir hier den Betrieb einstellen müssen. Vor gut anderthalb Jahren ist hier dieses Bauwerk, dieser Durchlass durch den Deich von unseren Küstenschützern, das ist das NLWKN, untersucht worden. Die haben ein Ingenieurbüro beauftragt mit einer Bauwerksprüfung und das Ergebnis war, ja, war schlecht. Das Bauwerk ist in keinem guten Zustand, hat die Note 4,0 gekriegt. Das reicht für den Schüler aus, aber nicht für eine Deichsicherheit hier. Und daraufhin haben die uns diese wunderschönen Sandsäcke hier vorgepackt. Und ja, da gab es eigentlich drei Optionen. Entweder das Deichschad ganz zu schließen, den Deich durchgängig zu machen. Oder ein neues Bauwerk zu erstellen, das den Anforderungen einer späteren Deicherhöhung gerecht wird. Das hätte rund zwei Millionen gekostet. Oder eben jedes Jahr nach der Sturmflutzeit die Sandsäcke, das ist ein Riesenpaket hier, beiseite packen. Dann können wir drei, vier Monate fahren. Und im September die Dinger wieder davor zu packen, das war alles keine Lösung. Dann haben wir mit dem Ingenieurbüro Kontakt aufgenommen, die damals dieses Gebäude untersucht haben und haben gemeinsam einen Weg gesucht, was man machen kann. Und das besteht daraus, dass wir dieses marode Mauerwerk, in dem jetzt die Dammbalken sind, in dem die Deichtore verankert sind, dass das alles wegkommt. Und dass wir in einer Stahlbetonscheibe, die dann neu erstellt wird, eine neue Dammbalkenkonstruktion einbauen und vorsehen. Dann kommt auch die Brücke, die zurzeit nicht da ist, die marode ist, die wird ertüchtigt und kommt dann auch wieder über dieses neue Bauwerk drüber. Wir haben eine Kostenschätzung gemacht, da liegen wir ungefähr bei 100.000 Euro, die wir als Inselmuseum oder als Insel nicht aufbringen können. Und daraufhin haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das Geld zusammen und jetzt läuft eine Spendenaktion. Diese Spendenaktion ist sehr gut angelaufen, da haben wir mittlerweile fast 40.000 Euro zusammen durch Spenden und ich muss sagen, ich bin also ein bisschen berührt bei diesen Leuten, die uns oder Freunden der Inselbahn, die gespendet haben. Da sind richtig nette, schöne Sprüche drauf, wie die Inselbahn muss bleiben und für unsere Lieblingsinsel spende ich gerne. Und wenn die Aktion, wenn wir das Geld zusammen kriegen, dann bin ich ganz optimistisch, dass wir fixen, wieder fahren können. Wir werden die alten Deichtore am alten Bahnhof aufstellen und darauf die Namen unserer Spender verewigen. Also im Namen des Inselmuseums und eigentlich auch von Spikerrog freue ich mich über die vielen Spenden, die eingegangen sind. Ich bedanke mich dabei und hoffe, dass wir die Summe zusammen kriegen. Unter rettetdiepferdebahn.de finden Sie alle weiteren Informationen und können Sie weiterhin spenden.